Hallo an alle und willkommen zurück zu Warframe und heute reden wir darüber, wie wir den neuen Warframe-Chade und die drei neuen Offen, die mit dem Update gekommen sind, bekommen können, weil ja, wie gesagt, es gab ja ein neues Update, wo wir eine neue Quest bekommen haben und einen neuen Warframe, wer die Quest noch nicht gespielt hat und die sich gerne mal anschauen will, kann es gerne auf meinem Kanal machen, die haben wir zusammen durchgespielt und ja, heute soll es darum gehen, wie wir den neuen Warframe-Chade haben. Und eben die drei neuen Waffen farmen können. Ja, und alles, was wir dafür tun müssen, fängt eigentlich damit an, dass wir natürlich die Quest, ähm, Jade Shadows oder Jade Schatten spielen, die wir hier in unserem Codex natürlich finden. Wir haben sie schon abgeschlossen, ähm, ich will hier nicht draufklicken, gibt's sonst vielleicht ein paar Spoiler, ähm, aber genau. Es fängt alles damit an, wir müssen die Quest Jade Schatten oder auf Englisch Jade Shadows spielen. Um die, äh, Quests spielen zu können, falls ihr, ja, die noch nicht freigeschalten habt oder fragt, warum ihr die nicht spielen könnt, ihr müsst als allererstes natürlich davor den, äh, neuen Krieg oder den New War abgeschlossen haben, die drei Stunden oder sechs Stunden Quest, wie auch immer, ja, wie lange man da auch wirklich dafür braucht. Genau, danach könnt ihr dann, wie gesagt, die Jade Shadow Quest spielen, wo ihr dann danach sogar auch schon die Blaupause für Jade gedroppt, äh, bekommt. Ähm, und die findet ihr dann auch zum Beispiel hier in eurer Schmiede schon, die ist bei mir jetzt hier auch schon irgendwo am Start, genau hier. Sehr gut, genau. Dann haben wir schon mal die Blaupause abgehakt, die braucht ihr euch dann eigentlich nicht mehr kaufen irgendwo. Und dann gibt es noch hier natürlich die drei Parts, die wir dafür brauchen, Europtik, Chassis und Systeme. Und die drei Waffen ebenfalls können wir auch durch eine Mission bekommen, wo sie gedroppt werden können, allerdings nur mit einer Chance von 5%. Und wo bekommen wir die? Natürlich hier bei der neuen Mission, die wir hier bekommen haben, und zwar, ähm, ja, heißt die auf Deutsch Aufstieg oder im Englischen Ascension. Und es gibt hier auch noch eine Operation, Operation, gerade das Innere der Bestie oder, ähm, auf Englisch heißt sie Belly of the Beast, glaube ich, soweit ich weiß. Wo wir, ja, auch spielen können, sind sozusagen zweimal die gleichen Missionen, nur dass das eine noch eine Operation ist, wo wir noch was anderes dazu bekommen, wo, ja, kommen wir später auf jeden Fall noch drauf, ähm, zurück. Und, ähm, genau, wir können bei beiden Missionen, bei der, auf jeden Fall der Aufstiegsmission, hier sind dann beides die gleichen, eben mit einer 5% Chance die Parts gedroppt bekommen und auch die drei Waffen. Was aber, ja, sich das mal blöd anhört, weil 5% sind wirklich nicht viel. Deshalb, ähm, glaube ich auch, dass die meisten nicht auf die 5% gehen werden, sondern eher die 5%, ja, zufällig vielleicht nebenher kommen. Was die meisten natürlich machen werden, was ich euch auch empfehle, ist auf, ja, aufs La Runda Relais zu gehen, wo wir jetzt mal schnell hingehen. Ähm, und es geht wirklich nur auf dem La Runda Relais, ähm, genau, sonst nirgends. Und, wenn wir da angekommen sind, müssen wir zu einem, ja, neuen Händler gehen, der auch durch das Update dazu gekommen ist. Und zwar ist es, wenn wir in die Schnellreise gehen, ist es hier Audis, der hier, ja, auf dem La Runda Relais auf uns wartet. Und wir sehen schon, wir haben hier, ja, vier Auswahlmöglichkeiten und wir gehen hier als allererstes auf die untere drauf, weil die oberen, die sind, ähm, haben was mit Operation zu tun, wo wir gleich auch noch zurückkommen, ähm, drauf zurückkommen und wir wollen aber als allererstes hier mal die Spurpartikel, ähm, uns ansehen, den Shop dafür. Der, wo hier jetzt dran steht, 28 Tage, ich glaube, ähm, das stimmt nicht ganz, weil eigentlich sollte der Shop hier für immer bleiben, wenn ich es richtig verstehen, äh, verstanden habe. Also, ähm, ich glaube, die Zeit, die hier unten steht, ist nicht ganz richtig. Und Audis, ähm, labert uns gerade hier schon ordentlich voll. Genau, wir, ähm, brauchen, um hier die Sachen kaufen zu können, die Spurpartikel. Oder auf Englisch heißen sie, ähm, Vestigial Modes, glaube ich, soweit ich weiß. Hier auf Deutsch, wie gesagt, einfach Spurpartikel, ganz einfach. Und wir haben natürlich die Jade Blaupause schon durch die Quest. Und wir sehen hier, wir brauchen jeweils für die, ähm, anderen Parts, die anderen drei Komponenten, jeweils 150 von den Spurpartikeln, ähm, heißt insgesamt, um, äh, Jade farmen zu können, brauchen wir hier für die drei noch insgesamt 450 von diesen Spurartikeln. Oder wir brauchen sogar noch 450 nochmal drauf, wenn wir die Blaupause nochmal haben wollen, falls wir, keine Ahnung, die fürs Helmeth, ähm, System brauchen. Und wir sehen hier auch die drei neuen Waffen, die wir, ähm, bekommen, ähm, oder, ja, die durchs Update dazugekommen sind. Und die bekommen wir für jeweils 300. Und wir sehen auch die fünf neuen Arcanes. Ähm, ich weiß noch nicht gar nicht so, wie gut die sind, aber die sind bestimmt ganz interessant. Ich hab's, äh, bis jetzt nur nicht angeguckt, so wirklich. Und die bekommen wir für gerade mal zehn Spurpartikel. Das ist ja ein richtiges Schnäppchen, wenn wir uns die hier, die anderen hier, uns anschauen, genau. Also, wir brauchen auf jeden Fall einiges von den Spurpartikeln. Und wie bekommen wir die Spurpartikel? Die Spurpartikel bekommen wir, indem wir die, ja, neue Mission, den neuen, ja, die neue, ähm, Missionsart Ascension eben spielen, wo wir gerade schon drauf waren. Ähm, und genau, da bekommen wir dann, äh, wenn wir die Mission abschließen, im normalen Modus 11 bis 13 von eben diesen Spurpartikeln hier gedroppt, von diesen, äh, Vestigial-Modes gedroppt. Und im Steel Path bekommen wir 16 bis 18 gedroppt. Also, es macht eigentlich schon mal mehr Sinn, auf jeden Fall, den Steel Path zu spielen, wenn man damit, ähm, ja, dafür gut genug ausgerüstet ist. Dann, ähm, das sehen wir später vielleicht auch nochmal, ähm, wenn wir die Mission einmal durchspielen, ähm, dann, ähm, bekommen wir noch einen Bonus, und zwar bekommen wir den Bonus, indem wir eine Sister of Parvus in der Mission, ähm, spawnen. Ähm, wie genau wir das machen, wie gesagt, kommen wir später noch drauf zu sprechen. Wenn wir diese Sister of Parvus dann besiegen, bekommen wir zusätzlich zu diesen, ja, 11 bis 13 im normalen Modus, bekommen wir dann noch 5 bis 7 von diesen Vestigial-Modes obendrauf. Oder im Steel Path bekommen wir 8 bis 10 nochmal obendrauf. Also noch ein ganz schöner Bonus, wenn wir, ähm, die, ähm, Sister of Parvus da noch besiegen. Ähm, genau. Wichtig noch zu wissen ist auf jeden Fall, dass ein Booster, ähm, bei den Vestigial-Modes oder hier diesen Spurpartikeln, wie es auf Deutsch heißt, überhaupt nichts bringt, also, ähm, egal, was für einen Booster ihr ausgewählt habt, ihr bekommt dadurch nicht mehr, sondern wie gesagt, für normal eben 11 bis 13, und im Steel Path 16 bis 18 bekommt ihr gedroppt, egal, was für einen Booster ihr noch aktiviert habt oder eben nicht. Genau, sehr schön. Haben wir darüber geredet. Jetzt gibt es aber natürlich auch noch die Operation, ähm, Belly of the Beast, die aktuell noch am Laufen ist für, ja, die nächsten 28 Tage, wie wir hier sehen. Da haben wir einmal einen Shop, der nur für Clan-Mitglieder zu, ähm, ja, für Mitglieder, die, oder für Leute, die in einem Clan sind, ähm, zugänglich ist. Und da bekommen wir einmal diesen schönen Hate Skin, den wir in der, ähm, ja, in der Quest gesehen haben. Und dann noch drei richtig gute Arcanes, ja, so die Premium-Arcanes, wenn man so will. Einmal Arcane, äh, Arcana Antrieb, Arcana Anmut und Arcana Barriere. Sehr, sehr coole, ähm, Arcanes, lohnt sich auf jeden Fall, die zu farmen. Und dann haben wir noch den, ja, den Store für diejenigen, die in keinem Clan sind, beziehungsweise für alle, die entweder in einem Clan sind oder auch nicht in einem Clan sind. Der Store ist hier, solange, ja, die Operation aktiv ist, für alle zugänglich. Da haben wir erstmal Ephemeras, die sind bei mir noch gesperrt, wo ich gerade nicht wirklich weiß, warum die gesperrt sind, wenn ich ehrlich bin. Aber da haben wir dann sowas wie die, ähm, ja, hier die Cetilacee, wie spricht man das aus? Ich weiß nicht, eben, konnte ich noch nie aussprechen, den Namen. Auf jeden Fall eine Melee-Waffe, die eigentlich ganz cool ist. Und auch die Basmu können wir hier uns kaufen. Aber was wir uns hier vor allem auch kaufen können, ähm, was hier sehr, sehr cool ist, sind die, ja, einige der Arcanes, ja, worauf wahrscheinlich die meisten auch sparen werden. Weil hier findet man wirklich von, ja, Arcana, Furie und über Rage bis hin zu den ganzen Trickserei, Beschleunigung und dann aber auch, äh, Nullfeld und so weiter. Also, ähm, es gibt von den Bronzenen bis Silber bis Gold hier die ganzen Arcanes und natürlich die Premium Arcanes, wie man so will, gibt es dann natürlich hier, wenn man in einem Clan beigetreten ist. So, und wir brauchen dafür, wie sie auch schon schön steht, diese Volatile Partikel oder Volatile Modes auf Englisch. Und die bekommen wir, indem wir, ja, die, den Ascension Mode, ähm, eben in der Operation spielen sozusagen. Nicht die normale Modus, sondern eben den Operation Modus, der aber eigentlich genau gleich funktioniert wie der normale auch. Also, es unterscheidet sich überhaupt gar nichts, nur, dass wir eben noch diese, ähm, ja, Volatile Partikel, Volatile Modes getroppt bekommen. Genau. Ähm, was noch wichtig zu sagen ist, ähm, wenn ihr für beide sozusagen farmen wollt, Volatile Modes, Modes, Modes und aber auch diese, ähm, Spurpartikel, ähm, dann macht es auf jeden Fall Sinn, die Operation, ähm, zu spielen, ähm, die wir hier oben sehen. Hier, das Innere der Bestie oder eben Bally of the Beast, macht es auf jeden Fall Sinn, die zu spielen, weil da bekommt ihr natürlich dann, ähm, genau, die Volatile und die, äh, Vestigil Modes getroppt, die ihr natürlich dann eben für den Operation Shop und für den normalen Shop, äh, benötigt. Ähm, wenn ihr allerdings jetzt als allererstes mal Jade und die, ähm, Waffenparts farmen wollt, dann kann ich euch aktuell noch nicht empfehlen, die Operation, ähm, ja, den Operation Modus davon zu spielen, weil da ist, ähm, der Bonus durch die Sister of Parvas noch ein bisschen verbuggt, ähm, weil durch die Sister of Parvas, habe ich ja vorhin schon gesagt, bekommt ihr eben diesen Bonus an, äh, Vestigil Modes, aber auch an den Volatile Modes und, äh, Volatile Modes und aktuell, wenn ihr die Operation spielt, bekommt ihr den Bonus nur für die Volatile Modes und eben leider nicht für die Vestigil Modes, ähm, das heißt, wenn ihr, ja, nur die Parts farmen wollt, dann macht das auf jeden Fall viel, viel, viel mehr Sinn, ähm, genau, die normalen Modus zu spielen und ich würde sagen, ähm, wir gehen da doch jetzt mal noch zusammen rein und, äh, schauen uns mal kurz die Mission gemeinsam an. Also, ich bin hier jetzt natürlich dem normalen Modus beigetreten, weil ich erstmal die ganzen Jade, ähm, Parts farmen will und auch die Waffenparts, ähm, und ich gedacht habe, wir machen das einfach zusammen und als allererstes fängt es hier an, dass wir, ähm, hier diesen Partikelsammler verteidigen müssen für, ja, eine Minute ist es nicht so ewig und, ähm, ja, sollte eigentlich auch ganz gut klappen. Ich kann euch natürlich nur empfehlen, immer in einem Squat hier reinzugehen, das macht es auf jeden Fall um einiges einfacher, ähm, genau. So, wir haben die Verteidigung abgeschlossen, jetzt müssen wir weitergehen und, ähm, so eine Art Highcheck-Mission machen. Wir müssen hier nämlich die Extraktionskapsel einmal schön verteidigen, müssen hier mal kurz weg, äh, mitlaufen und dann kommen wir hier zu dem Teil, den wir auch schon, ja, in, ähm, in den Trailern, wenn man so will, gesehen hat, der, ja, wo wir hier so einen Aufzug haben und hier, ähm, den hat er jetzt gerade mit, schon mitgenommen, ähm, genau, haben wir so Parts, die wir sammeln müssen. So, und hier stehen wir auch schon an so einem, ja, an so einem, ja, an so einer ionischen Ladung, die ist auch verstärkt und die können, müssen wir nehmen und sehen hier, oh, ja, links unter der Map die, ähm, Aufzugsenergie und wenn wir das hier draufwerfen, dann sehen wir, rup, bekommt der Aufzug plus 20 Energie, wodurch der hier weiter nach oben fährt und hier haben wir auch noch einen anderen Teil, den können wir einsammeln, ähm, und zwar ist es hier für die Sister of Parvos ein Köder. So, davon brauchen wir drei Stück, was ich ja schon gesagt habe, ähm, genau, den können wir auch schön hören eigentlich, ähm, genau, und jetzt geht es weiter nach oben, hier ist noch eine Ladung, die werfen wir auch mal noch schnell drauf, rup, sehr gut, sehr schön und wenn wir so eine aufgeladene Ladung haben, habt ihr gerade auch schön gesehen, dann, ähm, bekommt der Aufzug einen Boost, wodurch er schneller nach oben fährt, der ist schon wieder weg, wir können, wir müssten theoretisch jetzt warten, weil wir haben, ja, die Aufladung von 20, ähm, 20 Energie genau immer, wir können es aber jetzt eigentlich auch schon draufwerfen, weil dann fährt er ein bisschen schneller nach oben, das macht, glaube ich, nicht so arg viel aus, also es macht nicht so viel Sinn, das eigentlich immer jetzt schon draufzuwerfen, aber ich wollte es euch einfach mal demonstrieren, dass wir dadurch dann eben ein bisschen den Boost bekommen, so, wir müssen einmal hier versuchen nach oben zu kommen, nehmen den Operator mit und ich habe hier gerade in der Hand, ja, keine Aufgeladene in der Hand, wodurch wir keinen Boost bekommen, wie ihr gesehen habt, die nicht aufgeladen, werden dann eben durch die Gegner getroppt und die Aufgeladenen finden wir einfach so auf dem Boden einfach irgendwo rumliegen und hier ist ja zum gleichen Spiel eine verstärkte, das heißt, wenn wir die mal draufwerfen, rup, sehen wir, der fährt nach oben, okay, heißt verstärkt und nicht aufgeladen, war ich gerade ein bisschen falsch, sorry, ihr wisst aber, glaube ich, was ich meine. Von den Sisters of Parvas Ködern haben wir auch schon alle drei, wie ihr seht, das heißt, wenn wir einmal oben angekommen sind, wo wir uns gleich wiedersehen, da sehen wir dann auch, wie die Sisters of Parvas spawnt. So, und wir sind jetzt auch gleich schon oben angekommen, das heißt, es wird Zeit, uns einmal zu buffen, weil hier gleich die Sisters spawnt, die... wo haben wir sie? Genau, hier ist sie. Die spawnt hier und ist auch schon down, so schnell geht das. Wir müssen jetzt einmal schön drüber laufen, dass wir den ganzen Loot bekommen, haben hier einen unidentifizierten Gegenstand bekommen und eben sieben von diesen Spurartikeln und wir müssen, hat gerade kurz geleckt, hier jetzt natürlich, ja, die Mission noch zu Ende bringen, indem wir hier nochmal so eine kurze Highcheck-Mission haben, wenn man so will, wo wir einmal schönes Ziel hier noch beteiligen müssen, während es hier auf dem Weg ist, Richtung Ausgang. Und hier ist auch gleich schon der Ausgang, wo wir dann die Mission geschafft haben schon und wo wir jetzt auch schon hier die Belohnung bekommen von eben zwölf von den Spurtpartikeln im normalen Modus, wie gesagt, hätten wir elf bis dreizehn bekommen können, wir haben jetzt schön in die Mitte zwölf bekommen, was sehr, sehr schön ist und was auch noch cool ist, was ich vergessen habe zu sagen bis jetzt, dass wir durch den Bonus von den Sister of Parvors im normalen Modus hier einen, ja, eine Chance haben, dass wir eins von diesen Arcanes gedroppt bekommen, die neu jetzt durch das Update hinzugekommen sind, die wir beim Shop bei Ordis finden können. Wenn wir allerdings den Modus im Steel Path spielen, dann haben wir eine garantierte Chance, dass wir eins von diesen Arcanes bekommen, also eine hundertprozentige Chance, dass wir einen Arcanen gedroppt bekommen und bekommen dafür zusätzlich auch noch dann zwei Steel Essence. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen, wenn ihr dafür stark genug seid, spielt die Mission eben Steel Path und wenn ihr, ja, zusammengefasst nochmal, wenn ihr aktuell Jade farmen wollt und gleichzeitig aber auch noch die anderen, die ganzen Arcanes und so, was durch die Operation hier gerade aktuell am Start ist, dann farmt auch auf jeden Fall die Mission in der Operation Ausführung sozusagen, also hier in der Operation, das Innere der Bestie oder Belly of the Beast. Wenn ihr nur die Jade, ja, Parts und Waffen farmen wollt, dann macht den normalen Modus ohne die Operation und geht am besten, wie gesagt, im Steel Path rein, dann sollte das doch recht schnell funktionieren. Und ja, ich finde es eigentlich ganz cool, bin gespannt, wie der Warframe wird. Ich habe bis jetzt natürlich noch nicht, muss noch einiges farmen. Ich hoffe, euch hat das Video heute aber dazu, ja, weitergeholfen und auch gefallen. Wenn ja, würde es mich natürlich wieder wie immer freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.